Erstes Podest, erster Sieg und ab ins gelbe Trikot. Philipp Navrat erzählt mir von der bislang besten Saison seiner Karriere. Als er plötzlich der gefragteste Mann Deutschlands war. Aber wird er uns bald verlassen? Außerdem gibt's Unruhe unter den Top-Athleten aufgrund einer bevorstehenden Regeländerung. Und in dieser Woche steht der City-Biathlon in Dresden an. Ein Blick auf die Favoriten. Also, ab geht's. Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Ich bin zurück am Montag, 82 Tage vor dem Weltcup-Start. Ist das der Wahnsinn, Leute? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, Leute, ist, dass mein heutiger Gast auf eine Wahnsinns-Saison zurückblicken kann. Ihr habt's gehört, Philipp Navrat ist hier. Ein Mann, der schon seit Jahren für sein läuferisches Potenzial bekannt ist. Und er konnte es vergangenen Winter endlich wieder zeigen. Nachdem das vorher ja gar nicht so gut gelaufen ist, ist er hier von Beginn an hellwach. Er läuft zum ersten Mal auf das Podest, damit er gleichzeitig auch sein erster Sieg gewesen und sichert sich sofort das gelbe Trikot und trägt das sogar auch ein paar Rennen lang. Und wenn ich mich jetzt gerade nochmal in diese Zeit zurückversetze, was war das für eine verrückte Phase als deutscher Biathlon-Fan? Franzi Preuß in gelb, Roman Rees in gelb, Philipp Navrat dann auch noch in gelb, Justus auf dem Podest. Die Staffeln waren auch noch erfolgreich. Also, es hat ja gar nicht mehr aufgehört mit den ganzen Erfolgen. Und das war irgendwie wie so ein Rausch. Man konnte es gar nicht richtig fassen und man hat richtig gemerkt, wie es das ganze Land mitgenommen hat. Und Philipp war ein Teil davon und sah unglaublich stark aus. Aber dann wurde er auch ziemlich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn eine Woche später hat sich das Ganze umgekehrt. Und ich glaube, das macht ja schon einiges mit einem Athleten. Wenn man einmal so gefeiert wird, ja nicht nur sich selbst feiert man, die Fans feiern einen, das eigene Team feiert einen, sondern natürlich auch die Medien, die dich dann in jedes Interview einladen. Die wollen eine Stimme von dir haben, die sagen, boah, hast du toll gemacht. Und eine Woche später fragen sie natürlich dann, was ist da denn los gewesen, Philipp? Wie kann das sein, dass du gerade in Gelb bist und dann hier einfach so versagst? In Anführungszeichen. Aber gibt natürlich auch gleichzeitig immer wieder eine tolle Story des gefallenen Heldens. Und ich finde, insgesamt hat man auch selten eine Saison mit so vielen Auf und Abs gesehen wie bei Philipp. Also vor allen Dingen auch in den Extremen. Aber hat er das auch selber so wahrgenommen? Wollte ich zumindest von ihm wissen. Und am Ende des Winters war er dann auf Platz 15 im Gesamtweltcup. Aber ist denn das eigentlich noch genug nach so einem phänomenalen Start, den er hingelegt hat? Oder ist es dann doch vielleicht auch enttäuschend für ihn gewesen? Und Philipp ist jetzt ja auch schon, Leute, 31 Jahre alt. Gehört damit jetzt nicht mehr unbedingt zu den Nachwuchsathleten, obwohl er im Weltcup ja noch gar nicht so lange fest verankert ist. Aber hat er trotzdem noch Pläne über Olympia 2026 hinaus? Denn das könnte wirklich so ein Punkt sein, der mir Sorgen macht. Jetzt nicht nur auf Philipp betrachtet, sondern insgesamt so auf das ganze deutsche Herrenteam bezogen. Aber gleich dazu mehr. Also Leute, bleibt dran. Erstmal gebe ich ab in die News der Woche. Letzte Woche habt ihr es mitbekommen, es wird einige neue Regeln im kommenden Winter geben. Eine Regel davon bereitet vor allen Dingen den Top-Athleten aus den großen Nationen große Sorge. Diese Regel betrifft nämlich die Gruppenwahl zur Auslosung der Startgruppen. Also die Biathlon-Veteranen unter euch, die werden wissen, im Sprint und im Einzel, da werden logischerweise vor jedem Rennen die Startnummern ausgelost. Aber es war bislang so, dass die Top-15 des Weltcups sich die Startgruppe aussuchen durften. Wobei pro Nation auch nur maximal drei Athleten dieses Recht hatten. Also die Norweger, zumindest die Herrenseite, hatte da eben oft Pech. Da durften dann eben nur die Top-3, meistens dann eben Johannes Dingesböe, Tailleböe und häufig Stühle Holm-Lagreit oder Wettleschorster-Christiansen sich die Startgruppe aussuchen. Und der Rest, der wurde dann eben auch zufällig ausgelost. Damit natürlich ein Vorteil für die Top-Athleten, die sich dann auch so ein bisschen auf den Wetterbericht verlassen konnten, was die Skitechniker sagen, wo man am besten hingeht. Und dadurch, dass die Bedingungen jetzt in den letzten Jahren ja schon etwas wärmer geworden sind, dadurch die Strecken auch etwas tiefer, sieht man natürlich oft den Fall, dass die Athleten und Athletinnen oder die Top-Athleten und Athletinnen meistens in die ersten beiden Gruppen gehen, weil da dann eben noch die besten Bedingungen herrschen. Also die Strecke ist noch nicht ganz so tief, vielleicht das Rennen auch relativ früh angesetzt. Um 10, 11 Uhr, da ist es noch ein bisschen kälter. Das heißt, da ist die Strecke auch noch ein bisschen kälter. Wenn es dann mittags wärmer wird oder auch hinten raus, wenn das Rennen eine Stunde geht oder so, dann hat man da schon einen Vorteil, wenn man um 10 Uhr startet oder um 11 Uhr startet, statt dann um 12 oder 13 Uhr zu starten. Und das will die IBU jetzt ändern, weil die Rennen dadurch logischerweise ja auch meistens relativ früh entschieden sind. Also wenn sich die Top-Athleten alle in den ersten 30 Startnummern befinden, dann konnte man auch immer schon relativ früh vorhersagen, auch wenn man so das Data Center daneben noch auf hat, wo man die ganzen Zeiten sieht während des Rennens und auch sieht, wer gerade gestartet ist und wie die läuferisch unterwegs sind oder vielleicht beim ersten Schießen geschossen haben. Und wer da vielleicht noch in Frage kommen könnte, vorne reinzulaufen, dann hat man schon immer sehr früh gemerkt, ja, da wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel passieren heute. Und dann war es natürlich auch hinten raus immer etwas langweilig. Und die IBU befürchtet natürlich, dass dann viele Menschen, viele Zuschauer vor dem Fernseher auch abschalten. Dazu müsste ich natürlich eigentlich nochmal meinen guten Freund Christian Dexne befragen, wie der das sieht, weil der hat ja immer mal die Zahlen mitgebracht. Und soweit ich weiß oder soweit er es mir mal erzählt hat, schalten die Leute meistens erst wirklich nach dem Rennen ab. Also solange die auf einem Rennen sind, da bleiben auch die meisten dran. Aber vielleicht hat die IBU da auch irgendwo andere Zahlen gesehen oder vielleicht auch international andere Zahlen gesehen. Das könnte natürlich sein. Aber gut, was wollen sie jetzt überhaupt machen, Leute? Ich rede jetzt hier so viel um den Brei, damit ihr das Ganze auch versteht. Aber jetzt soll es wohl so sein, dass die Favoriten, die Top 15, in der Startgruppe 3 starten sollen. Das bedeutet, die würden wahrscheinlich erst ab Startnummer 50 circa starten. Denn wenn wir davon ausgehen, im Sprint haben wir oft so um die 100 Teilnehmer und Teilnehmerinnen pro Rennen. Und das Ganze wird in vier Gruppen aufgeteilt. Dann haben wir circa 25 Athleten pro Startgruppe. Und jetzt soll es so sein, dass in Gruppe 1 die Weltcup-Plätze 31 und höher starten sollen. Gruppe 2 dann die Plätze 16 bis 30. Und in Gruppe 3 dann eben die Favoriten, die Top 15. Und dann in der Gruppe 4 soll der ganze Rest dran kommen. Also findet man jemanden wie Johannes Singes-Böder demnächst zum Beispiel in den Nummern 50 bis 75. Und so will man dann eben die Spannung im TV länger aufrechterhalten. Aber wie gesagt, gibt es da einige Proteste. Vor allen Dingen aus Norwegen und ein Mann, der steht da ziemlich im Mittelpunkt, Wettles Chorsta Christiansen. Aber es gibt wohl anscheinend auch Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Schweden. Unter anderem Sebastian Samuelsson. Oder auch hier mein heutiger Gast Philipp Navrat. Der hat sich dazu schon geäußert und ist da auch auf Wettles Seite. Genauso wie Johannes Kühn, der ja auch im Athletenkomitee ist. Und da dann eben auch mit der IBU nochmal diskutieren muss über diese neue Regel, die hier eingeführt werden soll. Denn alle diese Top-Athleten befürchten jetzt natürlich, dass man große Nachteile dadurch hat, wenn man relativ weit hinten startet. Wie gesagt, Bedingungen waren früh eben meistens besser auf den Strecken. Und was man vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, es geht ja auch um die Warm-Up-Bedingungen. Also zum einen wird das Anschießen ja immer vor den Rennen gemacht. Wenn man dann also erst 25 oder 30 Minuten später startet, dann kann sich das Ganze natürlich schon deutlich wieder verändert haben. Zum anderen ist es aber auch schwierig, vor allen Dingen in einigen Stadien sich da nochmal vernünftig aufzuwärmen. Oder du wärmst dich halt eben vor dem Rennen auf und musst dich dann wirklich auch 30, 40, 45 Minuten, je nachdem wo du startest, warm halten. Was natürlich dann auch nicht unbedingt so förderlich ist. Und viele sagen jetzt, darunter auch Wettles, das Zuschauerverhalten wird sich dann wahrscheinlich eher verschieben. Also dass die Leute dann später einschalten werden, weil sie eben wissen, ja okay, jetzt starten erstmal nur die Athleten 30 plus oder so. Die interessieren mich nicht so. Also warte ich doch noch, bis mein Athlet, meine Athletin da irgendwann startet. Oder wenn es dann eben spannend wird, dann gucke ich ein bisschen später rein. Und dann hat man die Zuschauer eben nicht mehr von Beginn an. Und da, wenn ich jetzt so auf mein eigenes Verhalten blicke, würde ich da vielleicht sogar mitgehen. Also natürlich gucke ich mir alles an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Schuhschön in Norwegen denke, wo immer das Season Opening ist, zwei Wochen vorm Weltcup-Start, da wird es ja genauso gemacht, dass dann Johannes Dingesböe die höchste Startnummer hat. Und dann die anderen Top-Athleten aus dem Weltcup werden dann eben auch zum Ende hin aufgestellt. Und da fällt es mir doch auch auf, dass ich dann wirklich bei den ersten Athleten, und da machen ja richtig viele mit in Norwegen, ja dann auch schon mal noch ein paar andere Sachen nebenbei erledige. Und das dann eher nur so im Augenwinkel ein bisschen verfolge, bis dann wirklich mal das Rennen richtig interessant wird, was dann eben auch so ein bisschen dauert. Und genauso ist es eigentlich auch, wenn ich jetzt daran denke, bei der Tour de France oder so, ist Zeitfahren. Da starten ja auch immer die Favoriten, die dann im Ranking vorne sind, ganz am Ende. Da schalte ich auch meistens erst ein bisschen später ein, wo es dann spannend wird. Also wenn ich da von mir aus gehe und dann so ein bisschen an den Casual Biathlon-Zuschauer denke, dann gehe ich da mit, dass wahrscheinlich dann auch die meisten eher später einschalten werden. Auf der anderen Seite habe ich auch mal so ein bisschen an die Vergangenheit gedacht und vor allem an die Zeit von Martin Foucault, der häufig sehr spät gestartet ist und dann das Feld auch noch mal aufgemischt hat im Sprint oder so. Aber ich meine auch, dass es häufig so war, dass die Verhältnisse damals noch kälter waren beziehungsweise die Rennen auch oft noch ein bisschen später stattgefunden haben. Es gab ja auch mal so eine Phase im Biathlon, da haben die oft die Rennen dann erst so ab 16, 17 Uhr gezeigt. Heute ist es häufiger erst dann oder schon um 13, 14 Uhr, wo es dann auch unter der Woche schon losgeht. Ohne das jetzt nochmal groß recherchiert zu haben, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine lange Zeit so war. Und da war die Strecke hinten raus wahrscheinlich dann auch immer ein bisschen härter beziehungsweise man ist davon ausgegangen, dass es hinten raus kälter und härter wird und dadurch vielleicht auch ein bisschen schneller. Und ich finde, da sind wir ja eigentlich auch schon an dem Punkt, um den es doch die ganze Zeit immer ging, dass die Favoriten sich die Startgruppe aussuchen konnten und dass sie dann eben so früh gestartet sind, hatte ja eben nur damit zu tun, dass es eben einfach wärmer wurde. Also vielleicht sollte man dann ja eher da hingehen und sagen, gut, dann machen wir die Rennen auch wieder ein bisschen später. Vielleicht sogar häufiger Flutlichtrennen oder so, dass wir gerade noch das Licht mitbekommen. Oder vielleicht sogar das andere Extrem und noch früher starten, damit man nicht in diese wärmere Mittagszeit reinkommt. Also das wäre vielleicht ein Ansatz, den man machen könnte, ohne diese Regel so über den Haufen zu werfen. Gleichzeitig sehe ich in der neuen Regel auch noch ein Problem, dass ja die Athleten von Platz 16 bis 30 in der Gruppe 2 schon starten sollen, sprich von Platz 25 bis 49 dann wahrscheinlich. Also je nachdem, wie viele Athleten und Athletinnen dabei sind. Aber auch in den Plätzen 16 bis 30 haben wir natürlich absolute Top-Athleten, die wahrscheinlich einen riesigen Vorteil dann gegenüber den Top-15 haben werden. Also könnte es so kommen, dass wir dann in den Sprints und einzelnen Athleten weiter vorne sehen werden, die im Weltcup dann auf den Plätzen 16 bis 30 sind, wobei die natürlich dann auch wieder mehr Punkte einsammeln und da dann vielleicht auch wieder in die Top-15 reinstoßen werden am Ende und dann im nächsten Sprint oder einzeln nicht mehr diesen Vorteil haben. Aber ja, das wird das Ganze irgendwie ein bisschen mehr durcheinander würfeln. Ich weiß auch nicht so recht, ob das der Weg ist, den man da gehen will. Aber die IBU ist wohl fest entschlossen, da ein neues System zu etablieren. Und ob es jetzt genau dieses sein wird, ist noch nicht klar. Aber in der Regel, die jetzt neu beschlossen wurde, steht wohl drin, dass die IBU sich das so ein bisschen offen halten kann, wie dann am Ende gestartet wird oder wer da welches Recht hat oder eben kein Recht mehr hat. Aber dabei denke ich auch immer sehr gerne an diesen Einzel der Herren aus Novomiesto bei der Weltmeisterschaft jetzt in diesem Jahr. Das war ja ein absolutes Startnummerrennen. Also da hat man ja wirklich gesehen, dass die hinteren Startnummern gar keine Chance mehr hatten. Und wenn man dann wirklich so ein Rennen hat, dann sage ich an dieser Stelle natürlich schon mal warm anziehen. IBU, da werden die ganzen Top-Athleten natürlich übelst ausrasten und einen internen Shitstorm lostreten. Also das geht dann, glaube ich, ordentlich nach hinten los. Natürlich kann man jetzt anfangen und eine riesige Diskussion lostreten, in welchem Rennen dann vielleicht ein anderer Athlet mit einer hohen Startnummer dann noch einen Sieg geholt hat. Wie zum Beispiel Stühlerholm-Lagreit im Sprint von Novomiesto bei der WM, der ja Weltmeister wurde mit der Nummer 50. Johannes Dinges-Böhr hatte die Nummer 26. Aber das eben auch ein Rennen gewesen, wo es ein bisschen kälter war und dadurch eben die Verhältnisse noch nicht so unausgeglichen. Ich glaube, es ist eine schwierige Sache und deshalb, Leute, belassen wir es dabei. Aber ihr könnt mir natürlich auch mal gerne schreiben, was ihr denn darüber denkt. Fändet ihr es gut, wenn die besten Athleten konsequent später starten und das Rennen dann hinten raus ein bisschen spannender ist? Aber gleichzeitig könnte es dann eben auch sein, dass sie einen Nachteil haben gegenüber den Athleten, die vor ihnen starten? Oder sagt ihr, alles so lassen, wie es ist? Denn es war doch bislang echt gut. Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee? Das wäre natürlich auch nochmal ein Punkt. Wenn ihr eine geile andere Idee habt, vielleicht kann man die ja auch mal in den Ring werfen bei der IBU. Und dann gucken wir mal, ob die das vielleicht auch nicht so schlecht finden. Aber genug darüber geredet, wir gehen weiter, Leute. Gerade eben ging es ja auch schon mal kurz um Schuscheun. Ist ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder ein IBU-Cup-Ort gewesen. Und das ist in diesem Jahr nicht mehr so. Schuscheun wird durch Jailo ersetzt. Ich glaube, das ist die Heimat von Vettelschorzer Christiansen. Da fanden ja auch die norwegischen Meisterschaften zum Abschluss der Saisonstart im März. Ja, das Ganze wohl aus finanziellen Gründen. Und damit bleibt der IBU-Cup aber trotzdem in Norwegen. Aber bis der IBU-Cup startet, Leute, ist es auch noch ein bisschen. Von daher blicken wir doch erstmal auf das nächste Event. Der City-Biathlon in Dresden. Ja, zum ersten Mal die Premiere hier in der Landeshauptstadt von Sachsen. Und mit dabei ist doch ein wirklich gutes Feld, wie ich finde. Wie immer die Böe-Brüder oder wie fast immer zumindest. Justus Strelo aus Deutschland bei den Herren Philipp Navrat auch, der da auch noch gleich ein paar Sätze zusagt. Roman Rees auch mit dabei. Also drei Herren aus Deutschland, sieht man selten, ist aber hier der Fall. Florian Kloth aus Belgien, Jakob Fack, Lukas Hofer, Simon Eder und Tero Seppeler. Also wirklich auch im Schießstand ein sehr starkes Feld. Bei den Damen, Vorjahresssiegerin Lisa Vitozzi mit dabei. Also auch gar nicht so schlecht besetzt. Und wie ich jetzt hier gerade merke, es gibt eine kurzfristige Änderung. Also Dimitri Pidruschny ist nicht mehr mit dabei. Sondern Tero Seppeler hat ihn anscheinend jetzt hier ersetzt oder wird ihn ersetzen am Wochenende. Und ich bin mal gespannt. Ich meine, Wiesbaden war natürlich immer eine schöne Kulisse. Habe aber auch schon viel Gutes über Dresden gehört. Also jetzt von Leuten, die die Stadt besucht haben. Ich selber war noch nicht da, also keine Ahnung. Es wird ja auch ein bisschen anders sein, dass es nicht mehr irgendwie in der Stadt ist, im Rathaus. Also man läuft immer noch durch die Stadt. Aber der Schießstand ist mittlerweile in einem Stadion, das Heinz-Steier-Stadion. Was jetzt auch irgendwie für ein paar Mark neu umgebaut wurde. Und vor einem Monat oder so eröffnet wurde. Also ist sicher auch eine ganz coole Sache, wenn man da auch so eine feste Tribüne direkt vor Ort hat. Und dann blicken wir doch mal auf die Favoriten bei den Männern. Ja Leute, wen haben wir da auf der Rechnung? Ich glaube, dass die Böe-Brüder da ganz vorne stehen. Das ist kein Geheimnis. Aber ich muss sagen, für mich der zweite Anwärter hier auf den Sieg ist dann auch schon Justus Strehlow. Also der war ja auch richtig stark bei der Deutschen Meisterschaft. Hat da vor allen Dingen richtig gut geschossen. Und das, denke ich, wird er hier gerade in Dresden dann ausschlaggebend sein. Weil die Runde ist ein bisschen länger, kommt ihm dann im Vergleich zu den Böe-Brüdern vielleicht nicht ganz so zugute. Aber ist auch nicht so anspruchsvoll. Also ich gehe mal davon aus, da wird jetzt gar kein Anstieg drin sein. Sondern das geht ja da flach am Wasser entlang. Von daher diese drei schon mit großem Abstand für mich die Favoriten. Bei den Damen, ganz klar, Lisa Vitozzi. Also letztes Jahr, oder wenn sie so auftritt wie letztes Jahr, dann muss man sich da keine Gedanken machen. Dann wird sie wahrscheinlich das Ding wieder easy gewinnen. Aber ich glaube auch, dass Karolina Offixsat-Knotten sehr, sehr stark sein wird. Die im Sommer ja echt auch auf Rollerski immer sehr stark performt. Und auch eine sehr gute und schnelle Schützin ist. Kennt das vom Blink-Festival, wo sie auch schon oft erfolgreich war. Also für mich auch eine Favoritin hier auf den Sieg. Und dann natürlich auch Franzi Preuß. Also mit ihrer Treffsicherheit, ihrer Schießgeschwindigkeit ist sie eigentlich für mich so die deutsche Lisa Vitozzi. Läuferisch kann sie auch absolut dagegen halten, wenn sie nicht sogar in diesem Feld die stärkste Läuferin ist. Ja, mit Ingrid Klein-Magtandrewolt. Und Lisa Vitozzi wird sie insgesamt so die stärkste Läuferin sein. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, kommt sie jetzt hier aus dem Training rein, wovon ich mal ausgehe? Wie ist die Verfassung? Und wie ist auch die Verfassung bei den anderen Damen? Also kann man immer schwierig sagen, wer da jetzt läuferisch wie auflaufen wird in Dresden. Dresden. Aber ja, die drei würde ich da ganz vorne sehen. Aber diese Show-Events auch immer gut für Überraschungen. Da kann alles passieren. Und ja, vielleicht hat Johannes Dingesböe ja auch mal ein bisschen trainiert in der Zwischenzeit. Und ist auch damit halbwegs in Form schon jetzt hier im September. Mal sehen, Leute. Ansonsten wird es ja auch noch ein Parabiathlon-Rennen geben zum ersten Mal. Und es wird natürlich auch wieder die Youngster-Team-Challenge geben. Kann man beides wahrscheinlich nicht im Fernsehen oder im Stream sehen. Und ich habe gesehen, man kann das Ganze auch, wenn man nicht beim ZDF das Ganze begutachten will, kann man sich das Ganze auch über Eurovision Sports angucken. Aber ich glaube, für die Deutschen mit Kommentar und so ist es natürlich im ZDF viel angenehmer. Und ich bin ja mal gespannt, wer vor dem Mikro sitzen wird. Denn wir können ja davon ausgehen, dass das die neuen Kommentatoren sind für den nächsten Winter. Also wahrscheinlich Volker Grube. Und ja, wen setzt man da an die Seite? Vielleicht nehmen Sie jetzt auch vorübergehend erstmal Sven Fischer. Aber vergangenen Winter haben natürlich auch ein paar andere große Namen aus Deutschland aufgehört. Also mal gucken, Youngster-Team-Challenge nochmal zurückzukommen. Anna Andexer mit dabei, Lukas Hasslinger. Also für mich das Favoritenteam hier, die ja auch schon auf Schalke gewonnen haben und auch sonst schon häufiger mal unterwegs waren zusammen. Und aus Deutschland sind bislang dabei Alma Siegesmund und Fabian Kaskel als ein Team. Lea Zimmermann und Dorian Entler als ein Team. Und dann wird noch ein weiteres Team bekannt gegeben, laut Website. Also wird sich ja wieder sehr cool einschalten. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr nicht vor Ort seid. Und damit geht es jetzt ab ins Gespräch mit Philipp. Auf die Runde. Hallo Philipp. Hallo. Hi. Philipp, die Deutsche Meisterschaft liegt ja jetzt schon wieder eine Woche zurück. Noch nicht mal, ne? Noch nicht mal eine Woche. Fünf, sechs Tage sind es jetzt circa. Wie schnell erholst du dich denn eigentlich von so drei Wettkampftagen? Ich muss sagen, schon ganz gut. Man braucht so einen Tag, wo man so halbwegs von der Reise natürlich, die ein bisschen länger ist oder gewesen ist, da wieder vernünftig hergestellt ist. Aber nach einem Tag bin ich wieder ganz gut hergestellt. Ja, man muss ja sagen, du hattest die Anreise dann nach Altenberg, wahrscheinlich irgendwo aus Bayern. Das heißt, das ist schon eine kleine Strecke, die du da zurücklegst. Was machst du denn in den ersten Tagen danach? Also macht man jetzt eine lockere Woche oder wie sieht es aus? Genau, bei mir ist jetzt eine lockere Woche auf dem Plan. Das heißt, hier Urlaubswoche sozusagen. Ich bin aber daheim und quasi ins Allgäu gefahren. Da bin ich ja immer ganz gern. Klar, wenn man jetzt so die Zeit hat, dann versucht man halt die Sachen mal aufzuarbeiten, die so über die letzten vier, fünf Wochen einfach auf dem Bürotisch liegen geblieben sind und das mal aufzuarbeiten. Aber du machst wahrscheinlich schon irgendwas. Also du gehst jeden Tag mal raus, rollst ein bisschen und so. Ja, auf jeden Fall. Kurze, kleinere Sachen. Beim Radeln, sage ich mal, vielleicht zwei, maximal drei Stunden Tour. Genau, oder mal eine Runde laufen, eine Stunde, das ist schon drin. Ja, das ist schon verrückt, ne? So als Otto Normalbürger, da denkt man, wenn man Urlaub hat, so, dann macht man mal gar nichts. Und bei euch heißt das ja mal so zwei, drei Stunden Radfahren oder mal eine Stunde Laufen oder so. Also das Pensum ist ja schon immer relativ hoch. Ja, klar, auf jeden Fall. Also man hat ja schon seine Wochenstunden, die man normalerweise trainiert. Und man kann jetzt da nicht von 100 auf 0 umschwenken. Das würde sich mit der Verfassung gar nicht vertragen, sozusagen. Aber ich glaube, bei euch ist es ja wahrscheinlich auch so, wenn ihr dann eine normale Woche habt, dann machst du wahrscheinlich doppelt oder dreimal so viel, ne? Ja, genau. Also da macht man dann schon mindestens 50 Prozent mehr, würde ich sagen, auf jeden Fall. Genau. Okay, also das ist eine entspannte Urlaubswoche bei einem Biathleten, wissen wir das jetzt auch mal. Und Philipp, wir haben ja letztes Jahr noch darüber gesprochen, dass deine Vorbereitung im Jahr 2022 gar nicht so optimal lief. Du hast da im Herbst noch versucht, so ein paar Umfänge aufzuholen. Das ging dann im Winter hinten raus schief. Und vergangene Vorbereitung hast du dir dann auch noch den Mittelfuß gebrochen und Bänder ja auch noch gerissen dazu. Und trotzdem warst du mit einer ganz guten Form bei den deutschen Meisterschaften unterwegs. Erzähl mal, wie ging es denn danach weiter für dich letztes Jahr? Ja, genau. Also letztes Jahr ging es ja dann echt, ja, erst mal turbulent los mit dem Fuß. Das halt da passiert ist beim Kicken. Gut, zwar auch wirklich einfach ein Selbstverschulden, aber egal. Ich meine, es ist dann passiert, dann ja, weiß man, okay, beim Fuß sind es die sechs Wochen ungefähr, bis der so halbwegs wieder gut hergestellt ist. Natürlich, wenn man auch selber da richtig dabei ist und dafür arbeitet, dass man auch kardiologisch insgesamt alles am Laufen hält und auch den Fuß dann parallel dazu auch gut aushaltet. Ja, aber das tatsächlich gut hinbekommen mit viel Unterstützung drumherum. Natürlich auch in Ruppolding wirklich alle richtig mitgeholfen. Unser leitender, verantwortlicher Physio hat da wirklich viel Input gegeben. Und klar, auf der Willensebene selber, die man natürlich auch dann weiter vorantreibt, war natürlich auch das, ja, richtig in der Linie, dass ich sage, okay, war auch so motiviert, das wieder richtig hinzukriegen. Und genauso, ja, war dann natürlich auch schon das Ziel dann mit der Deutschen Meisterschaft in Ruppolding im vergangenen Jahr vor Augen, wo ich wusste, okay, das könnte funktionieren vielleicht sogar, da wieder mit einer guten Verfassung am Start zu stehen. Und genau, so hat es dann echt gut funktioniert. Und mit welcher Einstellung bist du dann danach auch nach Schusschön angereist, der Quali? Eigentlich schon mit einem guten Gefühl. Ich wusste, ich habe gut trainiert, habe, ja, natürlich eine gute Vorbereitung dann trotzdem gefahren, alles rausgeholt, war in einigen Trainings einfach immer parat und habe da gut gearbeitet. Dann bin ich nach Schusschön natürlich schon mit einem ganz guten Gefühl gefahren und habe mich da auf die Qualifikationsrennen gefreut. Und ich denke, ja, war auf jeden Fall so, dass ich gewusst habe, hey, natürlich wird es knapp oder eng, nicht knapp, aber halt immer, immer, sage ich mal, ein gewisses Kribbeln, das da dabei ist bei so einer Qualifikation, wenn es auch nur zwei Rennen sind, wo es darum geht. Aber mit der guten Vorleistung bin ich schon mit einem guten Gefühl auf jeden Fall hochgefahren. Wenn du jetzt gerade sagst, dass du in einigen Trainingseinheiten parat warst, heißt das, du hast schon gemerkt intern, dass du im Vergleich zu anderen gut dabei bist? Oder wie meinst du das? Ja, genau. Also gut, wir haben ja dann auch nochmal einen Trainingswettkampf gemacht dort auf Ski vor Ort. Das Schießen hat funktioniert. Ich bin da immer, ja, wie gesagt, in jedem Training gut dabei gewesen. Klar schaut man dann doch vielleicht immer bei so besonderen Trainings, wo die Intensitäten dann höher werden, wie sind so die Schießergebnisse. Dann haben wir wirklich mal ein Massenstartrennen davor gemacht als Aktivierung, so als Auftakt für diese Wettkampfserie, die Qualifikationsrennen dann. Und das konnte ich auch für mich entscheiden dann. Und da habe ich gewusst, okay, die Einstellung, das hat passt. Insgesamt jetzt von, genau, von der Verfassung war es einfach gut. Ja, und das konnte man auch schon schön sehen, wie ich finde. Also es war ja dein Ziel, dich erstmal für den Weltcup zu qualifizieren. Hast du sehr eindrucksvoll geschafft. Also du warst ja Dritter nach Liste, beziehungsweise Erster von denen, die sich dann qualifizieren mussten. Und damit ja eben ziemlich souverän den Spot da geholt für Östersund. Und das ja trotz Mittelfußbohren der Vorbereitung. Also wie viel Selbstvertrauen hat dir auch diese gute Quali dann gegeben? Also zumindest intern war sie ja gut, weil wenn man das mit den Norweger verglichen hat, war es ja nicht so toll. Aber ich denke, intern kannst du doch sehr zufrieden sein. Klar, also bei uns heißt es schon viel, sich erstmal national durchzusetzen. Das ist schon auch die Nummer. Bei uns, ja, immer starke Jungs am Start. Ja, wenn man weiß, okay, man hat sich da durchgesetzt, ganz vorne dran, jetzt zumindest von den Qualifikanten, die natürlich ein bisschen unter diesem Qualifikationscharakter gelaufen sind. Das hat mir dann schon auch das Selbstvertrauen dann definitiv gegeben für die nächsten Einsätze oder für die richtigen Einsätze dann im Weltcup. Also da war ich, denke ich, schon voller Selbstvertrauen in Richtung der ersten Rennen und dem Weltcup-Auftakt. Ja, man muss ja sagen, nach dieser Vorsaison, die so ein bisschen verkorkst war bei dir, sehr schwieriger Start zumindest, hinten raus wurde es ja deutlich besser. Was hast du dir denn hier für den Saisonstart auch vorgenommen? Also wolltest du auch so eine Art Wiedergutmachung betreiben? Ja, klar, gibt es so ein paar Fehler, die man gesehen hat, die man gemacht hat, die man dann natürlich auf keinen Fall nochmal machen will. Und ja, lernt sozusagen, denke ich, aus solchen Fehlern oder aus solchen Vorbereitungen, die nicht ganz so optimal liefen. Und dann sich natürlich in solchen Ergebnissen dann auch äußern oder dann einfach die Ergebnisse dann nicht so da waren. Klar, in dem Vorwinter jetzt 2022, 2023 bin ich natürlich schon mit dem 17. Platz in einem Einzel eingestiegen, was für mich schon eines der besten Auftaktergebnisse insgesamt war oder das Beste sogar bis dato. Von daher musst du ja da erstmal zufrieden sein. Aber auch da hat man gesehen, wie stark national dann auch die Jungs dabei sind, wo halt dann einfach das Ranking natürlich dann anders ausschaut. Wo ich dann auf einmal nur noch der Viertbeste im Team bin, dann auch keine Staffel Einsätze bekommen habe, die dann gleich gefolgt sind. Und da hat dann natürlich ein bisschen das Selbstvertrauen ihr in die andere Richtung ausgeschlagen und hat das natürlich nicht so mir in die Verfassung gebracht, dass sie dann auch hätte noch bessere Leistungen abrufen können. Ja, ich fand vor allen Dingen, letztes Jahr war es ja so, dass du halt deine Power nicht so auf die Strecke bringen konntest. Also du warst läuferisch nicht so stark wie sonst eben oder vielleicht auch das Jahr davor noch, wo du ja auch sehr gut unterwegs warst. Und das hat dir so ein bisschen gefehlt auch, oder? Genau, richtig. Also da war es natürlich so, dass man einfach den Trainingsstand nicht hatte, dass man da nicht auf der Hülle war, was halt so international oder auch national dann einfach da war. Und da war ich einfach nicht dabei. Und genau, die Power hat gefehlt, wie du sagst, richtig in den Jahren noch davor. War ich natürlich in der Bestverfassung, habe da auch super trainiert gehabt, daraufhin dann eben festgesetzt für diesen ersten Weltcup-Einsatz. Und das hat natürlich in der Konstellation damals dazu geführt vielleicht, dass sie da nicht 100 Prozent in der Vorbereitung bei der Sache war. Und das sind so Fehler, aus denen lernt man und weiß für das nächste Mal, das besser zu machen. Ja, ich meine, du bist ja hinten raus auch noch sehr schnell geworden dann im letzten Winter oder vorletzten Winter war es ja dann. Aber lass uns mal reinspringen dann hier in Östersund. Es ging ja für dich auch direkt mit dem ersten Rennen los, der Mixstaffel. Und dann gab es noch den Einzel direkt danach. Und gerade im Einzel war es ja aus deutscher Sicht ein unglaubliches Rennen. Mit Roman Rees dann auf Platz 1, Josef Strelow auf Platz 2. Du bist dabei ja ein 29. geworden. Welche Gedanken hast du denn dann über deine Leistung nach dem ersten Rennen? Ja, es war so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits natürlich eine riesen Euphorie für das ganze Team. Da ein Doppelsieg. Das war echt sensationell, dass die zwei dann das erste Rennen so dominieren. Gleich mal einfach das Statement auch gegenüber den Norwegern und diesen ganzen Vorleistungen von Johannes Böe, der natürlich da der absolute Favorit ist und gewesen ist. Und das war ein Rennen irgendwie natürlich vom Feeling her, wo man sieht, okay, das Team hat es drauf. Also zwei schon haben es richtig gut drauf. Und wo man weiß, das sind einfach zwei gute Schützen auch. Die können das wirklich immer abrufen, wenn es darum geht. Jetzt zu meinem Rennen würde ich sagen, natürlich die Platzierung, die mich natürlich wieder nicht ganz so zufrieden gestimmt hat. Allerdings habe ich meine läuferische physische Verfassung da genau unter die Lupe genommen. Habe das genau nochmal angeschaut. Und natürlich versucht man dann, wenn schlecht das Ergebnis ist, zumindest die guten Teilleistungen dann wieder rauszuholen. Und da habe ich gesehen, okay, läuferisch war das voll dabei, wo ich genau gewusst habe, okay, jetzt lass es einfach auf die nächsten Rennen zukommen. Die Rennen, wo dann wirklich läuferisch ihr wieder ein bisschen mehr auch gezählt haben, wusste ich, dann könnten doch die Chancen wieder ein bisschen besser für mich ausschauen. Und das einfach mitnehmen, cool bleiben und einfach weitermachen, so wie es schon war. Das, denke ich, waren so die Gefühle aus dem ersten Auftaktrennen im 20 Kilometer Einzelnen in Östersund. Ja, und dann ging es ja weiter. Dann ist ja endlich das passiert, worauf wir lange warten mussten, Philipp. Im Sprint dann holst du dein erstes Podest, ist gleichzeitig dann auch der erste Sieg. Und du wusstest ja schon auf der Strecke, dass es wahrscheinlich ein Sieg wird. Oder zumindest auf jeden Fall dieser Podestplatz haben dir dann die Trainer auf der Strecke auch durchgesagt. Was macht denn das mit dir, wenn du dann während des Rennens auch hörst, hey, ich bin hier gerade auf Siegeskurs? Ja, es ist Wahnsinn. Also gerade wenn man mit den zehnten Treffern natürlich vom Skistand weggeht, man hat es perfekt dann abgelöst, abgeliefert am Skistand, alles aufgegangen. Dann ist es ja noch so ein Moment von ungefähr 15, 20 Sekunden, bis man zum ersten von den Trädern, der natürlich dann an der Strecke steht und dann dieses Ergebnis dann mitteilt, wo man sich ungefähr befindet. Ihr habt dann schon gewusst, okay, boah, das muss jetzt schon gut dabei sein. Also mit Sicherheit Top 5, Top 8, so in dem Bereich wird es jetzt schon sein und so. Und dann kommt man da den ersten Anstieg hochgelaufen und der sagt Platz 1 und so und so viel ist der Zeitvorsprung. Und da habe ich gedacht, jawohl, come on, also das gebe ich ihm einfach auf die letzte Runde alles rein. Ihr habt genau die physische Verfassung, die ihr aus den Vorhänden mir schon quasi hergeholt habt, dann auch wieder oder genau gewusst habt, das passt. Und natürlich hat das Material auch bombig gepasst, da war alles perfekt einfach an dem Tag. Einfach eine schöne Schlussrunde, natürlich auch, wenn man gegen den Schmerz anläuft. Aber man haut halt einfach voll drauf und gibt alles, dass der Vorsprung auch bleibt. Genau, und den konnte ich auch halten, wie gesagt, bis über den langen Anstieg, wo es natürlich dann interessant wird, okay, hat man jetzt ein bisschen verloren oder wird es jetzt eng, wird es knapp oder wie schaut es aus. Aber da das dann am Ende von dem langen Anstieg dann immer noch in diesem Zeitbereich war, wo ich den Vorsprung halten konnte oder sogar ausgebaut habe, wusste ich, okay, mega, das schaut gerade richtig gut aus für ein Podest auf jeden Fall. Und ist das auch so ein Moment, wo man dann vielleicht so, ich weiß nicht, Adrenalin kickt nochmal in den Körper oder kriegt man Gänsehaut? Ist da ein Blackout-Moment bei dir? Also passiert da irgendwas anderes als in einem anderen Rennen? Ich denke, natürlich setzt das so gewisse Glückshormone frei, wo man ja sagt, die Endorphine, die kommen in so einem Moment natürlich noch mehr zur Geltung, weil man das noch mehr nutzen kann, ganz klar. Also das, denke ich, war in dem Moment oder in dieser Phase dann der letzten Runde auch unheimlich präsent für mich. Und dann kriegt man bei jeder weiteren Zwischenzeit einfach die positive Rückmeldung. Von daher bin ich da mega glücklich durch die letzte Runde gelaufen, denke ich. Ja, und wie war es denn dann jetzt, als du ganz oben standest, zum ersten Mal in deiner Karriere? Ich glaube, das ist ja schon ein sehr besonderer Moment. Ja, also dadurch, dass man das so ein paar Tage der Forscher so miterlebt hat und fühlen durfte mit den Teamkollegen, war es dahingehend eigentlich so eine Wiederholung. Okay. Aber ja, weil man ja weiß, okay, die haben es drauf, aber dass man es natürlich selber schafft und das Ganze dann sich so mal aufgeht insgesamt, das war natürlich schon Wahnsinn. Die ganze Trainingszeit und alles, was man investiert hatte und immer darauf hingearbeitet hat über Jahre, geht dann doch für mich selber persönlich dann auch so auf. Das war schon, war schon, ja, eher unbeschreiblich. Also bis man es auch realisieren konnte, hat es auch eher, glaube ich, noch ganz schön gebraucht. Und ja, es läuft dann alles ab wie so ein Film und plötzlich, also für mich war es ja auch das erste Einzelpodest insgesamt. Und daher war das noch nie so, okay, ja, das letzte Mal bin ich da auf drei, das letzte Mal bin ich da auf zwei gestanden und jetzt gehe ich halt ganz hoch. Nee, gleich hier aus Podest und gleich ganz nach oben. War natürlich schon ein cooles Gefühl. Erinnerst du dich denn auch noch an diese Momente, als du da auf dem Podest stehst oder ist das sowas, das geht so schnell vorbei und man realisiert das gar nicht so richtig? Und wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, dann weißt du eigentlich gar nicht mehr so viel davon oder hast du noch wirklich so Details im Kopf? Ich würde schon sagen, dass ich diese Stimmung auf jeden Fall im Kopf habe, diese Flutlichtstimmung. Also das gefällt mir insgesamt einfach schon immer gut. Natürlich, Östersund ist jetzt eine Wettkampfstätte, die sehr gut ausgestrahlt ist vom Licht her. Das hat einfach eine besondere Atmosphäre auch insgesamt. Und man muss schon sagen, das war auf alle Fälle schon was, wo ich so abgespeichert habe. Das werde ich nicht vergessen. Und klar, auch an die Personen, die insgesamt einfach dabei waren vom Team oder auch vom Fernsehteam, die natürlich dann mit mir ein Interview gemacht haben. Im Nachhinein war einfach rundum gelungen und alles war da stimmig. Das ist natürlich sehr viel Arbeit, bis es da zum Mal kommt. Aber da hat es passt und genau. Ja, hat lange gedauert, aber am Ende hat es geschafft. Und das Tolle ist ja, wenn man im Sprint gewinnt, dann ist es ja meistens so, dass ein Verfolger folgt. Und da gehst du dann auch mit der Nummer 1 diesmal ins Rennen. Und das ja sogar mit dem gelben Trikot. Also ich sage mal, viel besser konnte es gar nicht werden, oder? Ganz genau. Also klar, im Ziel, als ich nach dem Sprintrennen dann so mit der Zeit dann das klar wurde, okay, es wird der erste Platz, war ja dann tatsächlich nur die Punktewertung auf einmal präsent, wo sie gesagt haben, ey, du führst tatsächlich auch noch den Gesamtweltcup um einen Punkt an. Also wirklich nur den Trainingskollegen den Platz abgeluchst. Ganz oben ist natürlich dann echt sensationell, mit einer gelben Nummer 1 dann das nächste Rennen zu gehen. Und die Verfolgung dann so auch zum Starten. Ich habe das, denke ich, aber ganz gut so managen können, denke ich. Ich wusste genau zumindest aus Erfahrungswerten, okay, wie lange sollte man sich nur über das eine Rennen freuen? Oder wann ist der Zeitpunkt so auf das nächste Rennen zu schauen? Ich denke, das konnte ich da ganz gut zeitlich für mich managen. Und da hat es halt einfach dann auch gut gestimmt, dass ich dann richtig auf das Verfolgungsrennen eingestellt war. Und klar, daher war es natürlich auf jeden Fall ein guter Start dann auch in die Verfolgung. Wo hängt denn jetzt diese gelbe Nummer 1 bei dir? Die gelbe Nummer 1, die ist bei mir, ja, ich bin aktuell umgezogen in Ruppeiding. Ja. Daher bin ich alles nur richtig dabei zu sortieren. Es hat nur keinen festen Platz bisher, aber ja, es hängt im Schlafzimmer am Schrank quasi. Okay, okay, sehr, sehr gut. Das würde mir auf jeden Fall auch irgendwo hinhängen. Vor allem hast du dir das Trikot auch erstmal verteidigt in diesem Verfolger. Also es war nicht so eine Art One-Hit-Wonder, sondern du hast ja deine Leistung nochmal bestätigt mit einem weiteren Podestplatz. Wann fängst du denn an, dann die auch auszumalen, dass du dieses Jahr vielleicht um den Titel mitkämpfen kannst? Gut, was jetzt so die, sage ich mal, die Mediengespräche im Nachhinein anging, habe ich natürlich dann schon wieder sehr, wie soll ich sagen, vielleicht eher zu tief gestapelt, weil ich gesagt habe, natürlich ist es erst jetzt ein Wochenende, was durch ist. Da liegt nur eine ganze Saison vor uns. Ich habe da extrem stark auch die Erwartungen, glaube ich, von außen dämpfen wollen. Und ja, weiß nicht, ob das so, klar, man wollte da vielleicht ein bisschen mehr den Druck von den Schultern auch wieder nehmen. Und klar, dann zum neuen Wettkampfort wird es natürlich dann einfach wieder interessant. Kann man das Ganze nochmal wiederholen? Wie kann man es zeigen, dass man wirklich, dass das, wie du sagst, nicht ganz eben so eine Eintagsfliege war? Klar, insgeheim tut man schon ein bisschen damit lieb, beäugeln. Klar, was wäre, wenn und wie schaut es so aus? Und eigentlich hat man es doch ganz gut jetzt im Griff oder passt auch ganz gut. Ja, klar habe ich dann mitgespielt, auf jeden Fall. Aber was passiert dann? Also du bist ja dann als Leader auch im Gesamtklassement nach Hochwilsten gereist und man hätte natürlich jetzt auch die Hoffnung gehabt, dass es so weitergeht. Du sahst ja echt bombenstark aus. Dann wirst du aber nur 34. und 22. in Sprintumverfolgung. Also wie kann man das erklären? Ja, genau. Dann bin ich tatsächlich sogar mit einem gelb-roten Trikot, also nochmal eine neue Nummer schärfer, da ins Rennen gegangen. Hängt daneben, oder? Ja, ich konnte da vielleicht die Erwartungshaltung irgendwie nicht mehr ganz abschütteln, weil ich es dann mir selber schon auch so ein bisschen in Erwartungen geholt habe. Hey, mach einfach oder versuch wieder irgendwo in dem Bereich wieder zum Landen, weil man hat einfach die Punktewertung gesehen, wie eng das da war. Und genau gewusst, dann hat man schon irgendwo das Rechnen angefangen. Wenn der und der die Platzierung macht, dann übernimmt es der oder dann muss ich schon ungefähr in dem Bereich sein. Und klar, wenn dann die Gedanken da vielleicht schon zu sehr dann dahin abschweifen, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so bei der Sache. In dem Rennen hat er dann einfach nicht so hingekaut mit dem 34. Platz, der dann einfach natürlich in dem Moment sehr enttäuschend war. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin in den Rennengang mit einer frühen Nummer, Nummer 9, glaube ich. An einer Stelle sind nur Leute über die Strecke gerannt, weil die noch ihre Plätze gesucht haben, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist das Rennen jetzt eigentlich schon hier am Laufen. Es soll jetzt hier nicht gerade passieren, dass direkt vor meinen Skispitzen da noch die Leute über die Strecke rennen. Und von solchen Sachen darf man sich halt dann nicht auch zur Ruhe bringen lassen. Sowas kommt halt dann auch mal vor. Aber in dem Moment konnte ich das dann nicht ganz ausblenden. Ich habe das halt einfach dann ein bisschen in das Schießen mit reingenommen. Und dann blieb es halt einfach an dem Tag auch mal nicht so gut. Aber auch läuferisch hast du ja nicht mehr, also du hattest in Östersundsvergleich im Sprint noch die zweite Laufzeit, hier dann die 20. Also lag es am Material oder warst du einfach nicht gut drauf? Oder war es dann doch diese Sache, dass du vielleicht mental zu abgelenkt warst von dieser ganzen Situation? Ich würde sagen, ja, eine Mischung. Also gut, man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass ich ein regelmäßiger Top-Temp-Ten-Läufer eigentlich davor gewesen bin. Also so muss man ja dann auch sagen, so ganz selbstverständlich. Also man muss einfach sagen, 25 sind immer heiß in dem Metier, in dem Bereich. Also da muss schon alles passen, auch sich da wieder reinzulaufen generell. Platz 34 ist halt dann ein Resultat, wo halt mehrere Sachen dann einfach nicht gestimmt haben. Oder zu viele Fehler dann natürlich, wie es dann da war, dann zustande kamen. Also da wischt ja auch schnell mal ein, dass man auch die Top 60 mal nicht erreicht aus so einem Sprintrennen. Also wenn es mal richtig blöd läuft und woran es jetzt genau in dem Rennen lag, wie gesagt, so eine Mischung aus diesen Faktoren vielleicht. Eigentlich waren meine Leute vor Ort, Familie hat dann unterstützt versucht. Aber klar im Vorfeld Interviews, einfach ein bisschen mehr Rubel, ein bisschen mehr Medienarbeit, die da im Vorfeld dann auch war. Ja, aber ich denke, das Team hat es trotzdem schon gut so gekriegt, dass es noch nicht so viel war, dass es genau im Rahmen war. Aber trotzdem merkt man einfach die größere Aufmerksamkeit, die da ist. Wenn man das nicht ganz so dann richtig abschüttelt, dann nimmt man das halt einfach in so ein Rennen dann oft mal mit rein. Ja, aber das ist ja auch schon echt verrückt. Also eine Woche bist du dieser gefeierte Star, alle Medien stürzen sich dann eben auf dich. Und dann fünf Tage später hast du diesen Ausrutscher. Also das kann man wahrscheinlich so als Außenstehender gar nicht so richtig greifen, was da auch in einem selbst passiert. Was geht denn da in dir vor in so einem Moment? Ja, natürlich ist es dieses riesig gefeiert werden einerseits und andererseits ja diese Enttäuschung. Ich denke aber, die größte Enttäuschung war, glaube ich, schon bei mir selber wahrscheinlich. Klar, weiß man, wie viele, also im Nachgang, jetzt nach der Saison, kriegt man die Resonanz natürlich auch irgendwann. Dann, Mai, was habe ich da mitglitten mit dir am Fernseher und so und es war ja im Ansehen, haut er wieder den Schuss daneben, den letzten oder wie auch immer. Aber in erster Linie bin ich natürlich schon selber mein eigener Kritiker, wo ich sage, ja, das Rennen hat mir jetzt natürlich nicht zufriedengestimmt vom Ergebnis und insgesamt. Aber dann geht es ja direkt danach in Lenzerheide wieder aufs Podest. Wie will man das jemandem erklären, der da nicht mit drin ist in diesem Metier? Also wie kann man das greifbar machen? Ja, ich denke, das zeigt einfach diesen Sport wieder in seiner vollen Breite, wie es halt im Biathlon einfach ist. Ich meine, es gibt so Ausnahmekönner wie Johannes Böhl, der das dann echt durchgängig in einer Linie immer abliefert. Und da so ein Modus einschaltet, sobald der da irgendwo in die Nähe von so einem Wettkampfort kommt, klickt es bei dem und dann ist nur noch diese eine Linie da. Klar, jetzt für mich eben Hochfilzen ist halt auch ein Ort, wo man einfach fast wie einen Halbweltcup erlebt und dann auch wirklich die Leute von daheim alle da hat, die halt dann auch noch ein bisschen diese Erwartungserhaltung, die ich selber habe, dann auch teilen und dann auch mitfühlen. Ja, solche Sachen machen halt auch ein bisschen die Differenzen. Aber natürlich sollte man das in erster Linie immer positiv umwandeln, wenn da eigentlich das eigene Publikum am Start steht und richtig anjubelt und mitfiebert. Ja, wie soll man das erklären? Ich meine, klar, die Staffel war dann trotzdem noch gut jetzt in Hochfilzen, haben wir auch wieder das Podest erreicht. Das hat uns auch alle, denke ich, wieder in die richtige Stimmung gebracht, da das ja das Abschlussrennen auf Filzen war. Ich denke, das war dann so auch für mich der persönliche Abschluss dort, auch mit einem guten Rennergebnis von mir, wo ich die Staffel eigentlich auch wieder in eine gute Position bringen konnte. Ich denke, hat das dann mir auf jeden Fall wieder eine tolle oder bessere mentale Verfassung gebracht in Richtung Lenzerheide. Gut, in Lenzerheide, muss ich sagen, habe ich einfach auch gute Vibes, gute Erinnerungen von dem Jahr da davor, quasi von der Europameisterschaft, wo ich dort laufen konnte und schon als Probedurchlauf dort auch machen konnte. Und da habe ich einfach auch gute Rennen gehabt, habe die Strecke gekannt und habe dann einfach genau das wieder so abgerufen, wie ich es da das Jahr davor schon so ganz gut gemacht habe. Und das hat dann einfach wieder gut funktioniert. Ich mag, denke ich, einfach die Strecke insgesamt. Die Strecken taugen mir. Ja, ist eine coole Anlage, denke ich. Und daher habe ich mich da natürlich auch wieder gut gefühlt und waren auch wieder Leute von daheim dabei. Und daher hat es dann da wieder ganz gut funktioniert. Ja, also auf Lenzerheide, das kannst du auch 2025 gerne nochmal wiederholen, Philipp. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Aber nach Trimester 1 muss man ja auch mal sagen, du warst immer noch der sechsbeste Biathlet der Welt im Ranking und das vor Weihnachten dann eben. Also welche Erwartungen hast du zu dem Zeitpunkt auch noch für deinen weiteren Winter? Ja, ich denke, die Erwartungshaltung war dann für mich schon groß. Also dadurch, dass natürlich dann schon das erste Remester dann insgesamt durch war und dann konnte man schon sagen, okay, in diesem Bereich kann man jetzt schon mal versuchen, sich längerfristig dann auch zum Halten. Und genau so bin ich dann eigentlich auch in die Weihnachtspause gegangen, wo ich gedacht habe, nochmal einen guten Grundlagenblock setzen. Einfach nochmal, ja, trainingsmäßig was rausholen, was möglich ist. Und das versucht bestmöglich dann auch ohne Krankheit, ohne Zwischensachen dann durchzuziehen. Und ja, das war so eigentlich dann schon das Ziel, dann natürlich das weiter zu bringen, dann in die Deutschland-Weltcups auch. Ich denke, so bin ich in die Weihnachtspause dann gestartet, wo ich eigentlich schon ein gutes Gefühl dann eigentlich auch hatte. Ja, du sagst es schon, die Deutschland-Weltcups standen dann, also Oberhof, Rupolding und Antolz ist ja eigentlich auch noch ein Deutschland-Weltcup, auch wenn es in Italien ist. Aber mit einer sehr guten Ausgangslage bist du auf jeden Fall dann ins neue Jahr gegangen. Will man denn gerade bei diesen Orten nochmal was Besonderes zeigen als deutscher Athlet? Ja, ganz klar. Also ich denke, so ein Top-3-Resultat auch in einem Heimweltcup mal zum erreichen, wäre natürlich, also steht noch ganz klar auf, meiner To-Do-List. Und das ist natürlich schon was, was man im Vorhinein anvisiert und sich so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, sondern schon stark dann auch anvisiert. Man hat dann in Rupolding beispielsweise einfach die Heimstrecken, auf denen man jetzt zwar nicht original ganz so viel trainiert, im Sommer sind es einfach, ist eine andere Streckenführung gegeben, aber trotzdem, das Ganze drumherum ist ja wie das Wohnzimmer quasi, wo man sich wirklich daheim fühlt. Oberhof, ja, bin ich jetzt einfach noch nicht so lang dabei. Da hat es mir irgendwie immer entweder mal in der Vergangenheit, ja, dass ich nicht so oft da schon dabei war als Oberhof speziell. Aber klar will man auch da natürlich im Heimpublikum dann auch zeigen, okay, wir können hier mithalten. Und so wie es der Benni ja dann auch einfach gezeigt hat dort, der dann da seinen Weltcup-Sieg dann holt und das Jahr von Lenzer Heide dann wiederholt hat. So ist natürlich dann schon die Erwartung, mit der man dann da hinfährt, auf jeden Fall. Ist denn das auch so ein Druck, der hilft dir im Rennen oder macht dir das Rennen vielleicht sogar schwieriger? Also teils, teils. Ich meine, ich denke, wenn man sich seine Taktik so ganz gut zurecht legt und die dann auch wirklich so abarbeiten kann, wie man es sich eigentlich dann auch vornimmt taktisch, dann geht das so in so ein Rennen rein und man merkt, okay, es geht halt auf. Das funktioniert so, genau wie ich es mir jetzt vorgearbeitet habe oder genau vorgestellt habe. Dann geht es, wie ich es vorher gesagt habe, von Östersund auch in eine ganz gute Gefühlslage dann über, wo man das Heimpublikum dann auf jeden Fall auch super mitnimmt, dann das quasi sich dann weiterseitig unterstützt. Klar, wenn es dann halt Sachen dann nicht aufgehen oder es sind halt dann diese windigen Verhältnisse, die man halt dann in dem Moment vielleicht mal nicht ganz super beherrscht hat, wo dann halt der ein oder andere Fehler daneben geht, ja, dann weiß man, okay, dann wird es schon vielleicht schwieriger für ganz nach vorne. Aber insgesamt, also auch diesen Birkstieg immer wieder zum Laufen, egal in welcher Verfassung, wenn man halbwegs physisch in einer guten Form ist und man kann da durchlaufen, macht einfach immer Bock, egal, egal, was gerade Phase ist. Kann ich mir vorstellen, aber ich will es selber auch nicht erleben, muss ich dir sagen, vor allem nicht drei oder fünf Runden. Aber ja, ich würde auch sagen, du hast im Januar so ein paar Probleme am Schießstand, wie würdest du so deinen Januar beschreiben? Ja, da waren natürlich schon ein paar Sachen dabei, die mir jetzt oft das Ergebnis einfach ein bisschen zerhauen haben. Ich glaube, in Oberhof konnte ich noch ein Top 15 Ergebnis mal zeigen, am Sprint meine ich, genau. Elfter warst du genau. Ja, meinerseits war es natürlich dann gut zum Sehen, boah, trotz dieser Fehleranzahl laufe ich jetzt schon in diesen Platzierungsbereichen. Da habe ich natürlich gewusst, okay, boah, also Verfassung, Physis passt nach wie vor richtig gut. Aber ja, wie du sagst, am Schießstand hat es dann einfach nicht so 100 Prozent funktioniert, wie es mir vorgestellt hätte. Und ja, war natürlich ein bisschen enttäuschend insgesamt, auch wenn man natürlich dann den weiteren Verlauf von der Gesamtwertungsliste dann gesehen hat. Wo ich natürlich dann schon immer so ein bisschen mein Fokus dann auch mehr und mehr gehabt habe. Aber da sieht man einfach, okay, in Zukunft oder wenn man mal in so einer Situation ist, auf welche Sachen es dann einfach wieder darauf ankommt, war natürlich ein bisschen enttäuschend vom Schießergebnis im Januar. Aber was heißt das, worauf kommt es dann an in solchen Situationen? Ja, natürlich wieder seine sieben Sachen selber bei sich zu haben. Einerseits kann man das Publikum irgendwo mitfeiern und das aufnehmen. Aber andererseits geht es darum, seine eigene Herangehensweise wieder zu finden, eben diesen Schalter umzulegen, wenn man zu dieser Wettkampfstätte kommt oder zum Wettkampfort. Und es geht wieder darum, ja, dann ist das Wettkampfrennen und wie ich gesagt habe, es sind mindestens 25, die richtig heiß sind auf ein super Resultat. Und in dem Bereich geht es so schnell hin und her. Und da geht es darum, ja, seine Bestleistung einfach abzurufen. Und wenn man einfach bei manchen Sachen zu sehr abweicht von seinem Setup, dann passt es an einigen Sachen vielleicht nicht so. Und daher weiß man auch, okay, das Anschießen, das muss einfach sitzen. Da muss man, das muss genau vom Gefühl her, muss das passen. Also da muss man sich sicher sein, dass man dann auch in das Rennen geht. Und auch wenn es windig ist, dann muss man auch genau wissen, okay, die und die Rasten muss jetzt drehen. Das sei denn Oberhof natürlich ein bisschen schwieriger, aber da geht es dann umso mehr darum, sich das richtig einzuprägen. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass du vielleicht immer wieder auch an diesen frühen Erfolg dann aus der Saison denkst. Ja, also ist das vielleicht auch so ein Punkt, an dem man sich immer wieder versucht, so aufzurappeln und sagt, ja, ich weiß doch, dass ich eigentlich viel mehr kann oder dass ich auch gewinnen kann. Wie hast du das so erlebt? Ja, klar, es ist natürlich dann voll abgespeichert im Kurzzeitgedächtnis noch. Und ja, weiß natürlich, was man in der Lage ist zum Leisten. Und wenn man das einmal gezeigt hat, dann hofft man natürlich, man kann nie davon ausgeben, dass es ein Selbstläufer wird. Aber man hofft tatsächlich ein bisschen von dem besagten Flow in den reinzukommen und denkt so, okay, ja, wo ist ja jetzt denn der Flow? Wann kommt er denn so? Bis man dann irgendwann realisiert, es geht nicht von selber, es ist nie ein Selbstläufer. Also das geht immer wieder von Neuem los, wird immer wieder neu erarbeitet. Und daher waren das die Punkte vielleicht, die ich ein bisschen außer Acht lassen habe und klar, mit dem Gedanken, man hat es eigentlich schon mal geschafft und denkt, okay, jetzt ein bisschen lockerer rangehen, das macht es vielleicht besser oder wird es dann schon funktionieren, so auf die Art, aber kommt halt dann doch nicht von selber. Also du glaubst, das ist eher so ein Gedanke, der hat dir nicht unbedingt geholfen dann im Endeffekt, weil du immer wieder gemerkt hast, ich schaffe es nicht mehr, da hinzukommen jetzt. Und dann war das wieder so ein Tiefpunkt, der dich vielleicht auch mental runtergezogen hat? Also jetzt runterzogen hat es mich jetzt nicht unbedingt, weil schon, wie gesagt, auch immer kleine gute Teilleistungen schon drin waren. Gerade auch wieder so eine Staffel in Oberhof, die mega Spaß gemacht hat oder in Ruppolding hat er mega Spaß gemacht. Ja, wenn so Teamleistungen dann funktionieren und aufgehen und uns aufs Podest bringen, sind das schon mega Erlebnisse, die einfach brutal pushen, würde ich sagen. Und einfach dann uns oder mich persönlich dann schon wieder aufs richtige Level heben, wo ich sage, okay, jetzt bin ich auch wieder motiviert. Aber natürlich, wie gesagt, waren wir auch bei dem Individuellen für die Gesamtwertung dann, wo man sieht, da will man hin oder will man wieder das schaffen, was man ganz am Anfang von der Saison so geschafft hat. Und es kann gut sein, dass man es vielleicht nicht unbedingt geholfen hat, wenn ich immer ganz stark nochmal in mir versucht habe, die Emotionen daher zu holen vom Beginn. Weil es dann einfach auch irgendwo dann in der Vergangenheit war, wo man halt dann zu sehr in die Vergangenheit schaut und dann immer so ganz die Zukunft anpeilt. Und daher, ja. Ich meine, man muss ja auch sagen, der Januar war nicht so schlecht. Also du hattest, wie gesagt, diesen 1.11. Platz, dann warst du ansonsten auch noch zweimal in den Top 15, einmal 16. Also das ist jetzt auch nicht so, als wäre das hier so total verkehrt gewesen. Aber klar, wenn du vorher einen Sieg hattest, einen Podestplatz, dann will man da natürlich auch wieder angreifen. Aber mit welchen Gedanken bist du dann in diese WM nach Novemesto reingegangen? Also nach Novemesto, ja, wollte ich eigentlich schon auch nochmal einen guten Trainingsblock dazwischen einschieben. Bin da auch dann tatsächlich ein paar Tage früher nur nach Rittenhauen gereist. Ich fand unsere Vorbereitungszeit, die wir gehabt hätten, dort relativ kurz. Es wäre halt eigentlich nur so ein Anpeaken in der Höhe gewesen für eine Woche und dann gleich mit den intensiven Einheiten. Da habe ich mir gedacht, oder war halt das, denke ich, ganz sinnvoll, das so entschieden zu haben oder da ein paar Tage früher hinzufahren. Wollte es dann auch nochmal so investieren, mir ein gutes Gefühl holen. Und denke ich, war jetzt auch ganz, ganz ordentlich. Von der Vorbereitung, ja, wie gesagt, war er dann immer nur auf einem ganz guten Weg vom Gesamt-Ranking auch, wo ich gewusst habe, da bin ich ganz gut dabei. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, ich war nicht mehr ganz in der Top Ten. Könnte ich jetzt nachgucken. Ja, ich glaube, ich war Platz 11, ich bin nicht alles täuscht. Aber klar wusste ich dann schon, man gehört da schon zu einem erweiterten Favoritenkreis, auf jeden Fall. Natürlich war das Gefühl eigentlich schon gut, da in Richtung Novemesto die Verfassung hat passt. Insgesamt bin ich eigentlich schon mit einem sehr guten Gefühl da hingefahren. Ne, du warst auf jeden Fall Elfter, das stimmt. Also mit einem guten Gefühl hingefahren und man muss ja sagen, es ging hier direkt auch wieder im ersten Rennen für dich los. Du bist also in der Mix-Staffel gestartet, was ja auch nicht selbstverständlich ist so unbedingt. Und du bist da auf Position 2 gelaufen und hast dabei ja sogar Gesellschaft bekommen von Kanton Fiammaier und Johannes Dingesböe. Jetzt könnte ich natürlich fragen, da wünscht man sich ja wahrscheinlich leichtere Gegner. Aber ist nicht gerade das, was irgendwie diese Challenge ausmacht, als Top-Athlet auch mit den Besten da mitzuhalten? Und macht das nicht auch Spaß, dann gegen die zu laufen und so? Ja, definitiv. Also wenn man in so Positionen kommt, wo man quasi weiß, okay, da sind jetzt die Besten da rum, dann weiß man, okay, man hat jetzt auch einen guten Platz im Team, da sich erarbeitet einfach bis dahin. Und man hat diese Chance, gegen diese Stars anzutreten. Klar, dagegen zum Halten und auch einfach mit um die Plätze zum Fighten. Und ich denke, in dem Rennen ist es mir auch ganz gut gelogen, da dagegen zu halten und unsere Staffel da auch in eine gute Position wieder zu bringen. Ja, ich meine, du hast auf eins übergeben. Viel besser konntest du es ja am Ende nicht machen. Wobei, du hattest natürlich diese drei Nachlader, wo es dann gerade im Stehenanschlag wahrscheinlich so ein bisschen brenzlig wird. Erzähl mal, was passiert denn da eigentlich im Kopf, wenn du merkst, oh, ich habe jetzt schon den ersten nicht getroffen und dann merkst du, oh, der zweite geht auch noch daneben. Und dann weißt du, du hast nur noch eine Patrone für eine Scheibe. Was passiert da? Ja, es ist schon eine brenzlige Situation. Also die erlebt man immer mal wieder, kommt leider vor. Tatsächlich, wenn man meistens schon zwei Scheiben stehen lässt, stehend, weil man halt einfach dieses besondere Risiko oder höhere Risiko einfach wählt durch diese drei Nachlader, die man zur Verfügung hat. Dann weiß man, okay, jetzt stehen noch zwei, jetzt kommt noch der Wind dazu. Okay, also es wird jetzt nicht leichter, wenn jetzt nur noch einer dieser Nachlader daneben geht, dann geht es gegen die Strafrunde so, wo man kämpft. Ich habe mir aktuell kürzlich natürlich schon einmal ein Rennen angeschaut, da ging es mir ähnlich. Das war zum Beispiel das Staffelrennen in Canmore. Mein erster Staffeleinsatz war das, glaube ich, bei dem ich da gerne. Das ist schon länger her, quasi vor fast fünf Jahren. 2019, ja? Ah, 2019, genau, ja. Und ist bei mir aber noch relativ präsent gewesen, weil es eben auch mit ein paar Emotionen verknüpft ist, wenn man die erste Staffel so insgesamt mal laufen darf. Ja, zurück zu dem Rennen. Es geht da dann doch noch ein bisschen um was mehr, wenn die Weltmeisterschaft da läuft. Ja, klar, weiß man, okay, der Nachlader, der muss jetzt sitzen und man muss die Konzentration einfach nochmal voll hochfahren und die Situation einfach lösen, so gut es geht. Und dann wieder auf seine Fähigkeiten vertrauen und das bestmöglich dann abarbeiten. Aber wirst du dann nicht nervös oder so? Nervös, ja, klar, schon auch, aber ich würde das immer eher in einem positiven, also in so einem positiven Adjektiv beschreiben. Also so eine Aufgeregtheit, klar, die immer da ist und das halt natürlich die Situation einfach auch besonders macht und das dann, ja, versuchen in eine positive Richtung zu lenken. Das halt so ein Excitement ist, das immer da ist, aber natürlich in so einem Moment wird das natürlich noch spezieller, aber es ist einfach ein Rennen und ja, mal passiert zu einem, dass es halt einfach dann auch nicht funktioniert, dass man dann in die Strafrunde muss, aber dann, ja, darf man sich davon auch nicht unbedingt unterkriegen lassen. Aber in dem Moment konnte ich es gut lösen und die drei Nachlader dann so nutzen, dass ich die Strafrunde vermeiden konnte. Ja, ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, gerade in so einem vollen Stadion wie in Novomiesto, aber du hast es irgendwie hinbekommen, übergibst wie gesagt auf eins. Eine Medaille ist es ja leider nicht geworden und wo wir gerade auch bei Staffeln sind, lass uns doch da mal bleiben, denn mit der Männerstaffel habt ihr ja auch wieder die Medaille knapp verpasst. Weißt du denn eigentlich, wann es das letzte Mal eine Staffelmedaille für die Herren bei Großevents gab? Ja, ziemlich sicher müsste es gewesen sein, als der Roman Rees dabei war, 2019 in Östersund. Ja, fast, 2020 sogar noch in Antholz. Ah, 2020, doof noch, okay. Ah ja, klar, mit Philipp, ja genau, in Antholz war das dann. Genau, genau, wo Philipp Horn noch mal Time for Kart platt gemacht hat. Ja, genau. Aber, ja, ist schon ein bisschen her, ne? Aber ich habe das jetzt nur mal gefragt, ob das intern auch so ein Thema bei euch ist, dass ihr da vielleicht drüber redet oder so. Boah, wir müssen jetzt nochmal hier die Medaille holen, es wird nochmal Zeit, Jungs, oder wie ist das vor so einem Rennen? Klar, ist die Erwartungshaltung dann an uns dann schon selber auch natürlich da, dass man da das dann irgendwann mal packen will. Also ich denke, ja, wenn die nächste Chance kommt, dann wollen wir da auf jeden Fall das Ding irgendwo holen. Ich denke, da wird es egal sein, welche Farbe das hätte. Okay, natürlich will man schon auch die Position schaffen, dass man natürlich sogar ganz vorne mitkämpfen kann. Was ich auch einschätzen würde, dass wir das in gewissen Situationen auch erreichen könnten. Und daher ist natürlich die Dauer jetzt schon lang, auch zumal das jetzt so eine Phase ist, wo ich teilweise auch immer mal dabei war. Also bei den Höhepunkten jetzt immer mal gab es auch jetzt Höhepunkte-Rennen, wo ich nicht dabei war. Aber wäre schon toll, wenn es mal aufgeht wieder in der Staffel, dass wir da ganz vorne mit ankommen. Ja, das glaube ich. Und ich gehe ja auch mal davon aus, Philipp, du hast sicher auch mit der 1-Medaille hier so ein bisschen geliebäugelt. Wie zufrieden warst du nachher mit der WM, die du dann hier abgeliefert hast? Also wie gesagt, der Massenstart am Schluss war auch noch verdammt hart. Insgesamt das Rennen nach allen guten Einzelkonten auslassen, aber sonst bin ich fast alle Rennen dort gelaufen. Ich habe da versucht, nochmal alle Körner raus zu quetschen in diesen tiefen Geläufen, die es mir jetzt natürlich nicht so ganz 100% gelegen ist. Als jetzt eher schwererer Athlet, bin jetzt nicht super leicht wie jetzt ein Bö oder kleinere Athleten. Aber klar geht es darum, das dann technisch besser zum Lösen auch. Aber zumindest der 10. Platz, denke ich, war es, glaube ich, ja, ein Massenstart am Ende, der jetzt für mich noch ein halbwegs versöhnliches Abschlussrennen gebracht hat. Aber klar, bei den anderen Rennen war es natürlich nicht so zufrieden. Gerade auch ein Sprintrennen, wo ich mir natürlich doch ein bisschen was ausgerechnet habe. Okay, muss natürlich auch wieder alles perfekt passen. Aber definitiv das Sprintrennen, wie gesagt, von Östersund, das vielleicht doch wieder hergeholt auch davor und versucht dann auch wieder zum Wiederholen. Vielleicht hat man materialtechnisch nicht ganz so das Glück auf unserer Seite. Wir haben da einfach ein bisschen Schwierigkeiten vielleicht gehabt. Aber ich denke insgesamt, ja, waren es ganz vernünftige Resultate, aber halt nicht die, sagen wir mal, wo ich mir dann selber auch vielleicht ein bisschen ausgerechnet habe. Ich meine, am Ende bringt dir das ja auch leider nichts mehr für den Gesamtweltcup. Oder vielleicht war es ja sogar gut in dem Fall. Ich weiß es nicht, wie du das siehst. Aber du warst damit ja trotzdem immer noch Elfter im Gesamtweltcup. Welche Ziele hat es denn noch für das letzte Trimester? Genau, die Weltmeisterschaft hat ja in dem Zusammenhang gar nicht mehr zählt, glaube ich, wenn ich richtig klicke. Deshalb war es ja noch Elfter. Ja, genau. Immer noch. Ja, klar, ins letzte Trimester bin ich schon nochmal reingegangen, wo ich gewusst habe, auch die Füße, es passt weiterhin alles top. Ja, habe dann auch nochmal eine Trainingswoche auf Schnee genutzt, in Norwegen tatsächlich. Und das dann auch da nochmal bestmöglich meine Vorbereitung gemacht in Richtung letztes Trimester. Ja. Ich denke, mit Oslo, wo dann halt einfach wieder ähnliche, tiefe Verhältnisse waren, war es natürlich mit dem Einzel auch wieder recht, ja, happig. Also, für die Verhältnisse, die mir da auch ein bisschen nicht so gelingen sind. Aber dennoch wollte ich natürlich in das letzte Trimester schon so nochmal angreifen, hey, die Top Ten, die sind doch ganz da dran. Oder ich bin da ganz da dran. Versuche nochmal alles da reinzusetzen und da nochmal, ja, nach vorne zu arbeiten. Ja, und am Holmkollen hat es ja nochmal gepasst dann. Mit dem sechsten Platz war es dann im Massenstart zumindest. Und auch in Kenmore, muss man ja sagen, hast du noch drei Top-15-Platzierungen geholt. Ich möchte aber auch noch über einen Punkt sprechen aus Soldier Hollow, nämlich hier auch nochmal in die Staffel gehen. Ich glaube, du erinnerst dich um den Kampf um Platz zwei gegen Lukas Hofer auf der Schlussrunde. Und das war ja so geprägt von Taktik-Spielchen zwischen euch beiden, beziehungsweise eher vom Lucky, würde ich sagen, der das ja auch für sich entschieden hat. Und du meintest eben schon, du guckst dir ja hin und wieder mal so ein paar alte Rennen an. Also hast du dir das auch nochmal angeguckt hier und auch so überlegt, was hätte ich vielleicht anders machen sollen? Ganz interessant war, wir hatten am Tag davor ein bisschen im Team so eine Diskussion. Okay, wann wird man es machen? Wo wird man es entscheiden? So ein bisschen. Ja, es gab einen Trainer, im Endeffekt unser Lauftrainer, der wollte die Entscheidung früher haben. Also der war ganz klar auf dem Weg, schau, dass du es da schon am Berg eigentlich entscheidest. Ja, wir sind so vielleicht insgesamt dann zu dem Schluss gekommen, egal, ich meine, es war meine Entscheidung. Ich muss das richtig interpretieren dann und so machen, wie ich dann das meine auch. Also in dem Zusammenhang, klar, habe ich es mir dort vor Ort dann, weiß ich nicht, nur angeschaut oder relativ im nahen zeitlichen Zusammenhang, habe ich natürlich schon nochmal geschaut, wie wäre besser gewesen. Man muss sagen, Lucky ist einfach auch ein Guter. Da hat man einfach schon auch einen gegen sich, der schon auch die Modserfahrung dann auch hat. Und ich habe ja genau gemerkt, wo ich hinter ihm hergelaufen bin, wie agil er läuft, wie variabel er da unterwegs war, dass ich ihm scheinbar auch ein bisschen die Hitze weniger ausgemacht habe in Verbindung mit der Höhenluft, die da natürlich schon auch nochmal ein bisschen mehr reingehaut hat. Aber wie auch immer, ich denke, dass der Lucky das ja so sich entschieden hat auf dem Zielsprint auch, wo er einfach nur dann einfach besser gearbeitet hat oder das besser durchgezogen hat von vorne weg. Und gut, was ich jetzt vielleicht im nächsten Mal entscheiden würde, denke ich, habe ich für mich jetzt schon entschieden, aber würde jetzt hier nicht unbedingt Preis geben. Okay, also früher attackieren oder was war jetzt die Devise? Ja, einfach mehr Körner haben, einfach mehr Bauer. Okay, ja gut, dann musst du natürlich eine gute Vorbereitung hinlegen. Kommen wir gleich auch noch kurz zu. Aber du hast damit ja die Saison auf jeden Fall auf Platz 15 dann im Gesamtweltcup beendet. Was sagst du jetzt so abschließend zu deinem Winter? Also es war, denke ich, meine beste Saison meiner Karriere. Ich würde sagen, trotz oder gar dieser Vorbereitung mit dem Fußbruch im Sommer, ja, bin ich sehr zufrieden gewesen, dass es zumindest für Top 15 oder dass es für Top 15 gereicht hat. Auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass die Top Ten auch irgendwo möglich sind. Aber da muss über die ganze Saison wirklich alles richtig gut laufen. Ich habe ja zum Beispiel auch gesehen, wie ein Emiar Claude zum Schluss noch auftritt hat. Und der hat sich da bewegt und mit uns gespielt. Ja klar, meinst du? Ja, war schon auch beeindruckend zum Sehen. Und ja, und daher weiß man, okay, die Verfassung muss schon auch die ganze Saison auch so gut sein. Ne, das stimmt. Da bist du noch ein bisschen dann zurückgefallen. Aber ja, ist dir das jetzt irgendwie zu wenig? Oder sagst du, du bist jetzt voll zufrieden damit? Oder wie ist das? Weil du sagst, natürlich ist es deine beste Saison. Aber irgendwo hast du natürlich den Superstart, wo du Erster warst. Dann warst du Sechster am ersten Trimester. Jetzt am Ende 15. Also ist man da ein bisschen enttäuscht? Oder sagt man, ja komm, greife ich nächstes Jahr halt die Top Ten an? Also enttäuscht war ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich war sehr zufrieden mit der Saison, so gesehen. Und ich würde sagen, wenn ich mich natürlich daran erinnere oder daran richtig aufbaue, was ich für eine physische Verfassung oder für ein Vermögen auch habe und das auch wieder in die richtige Bahn bringe quasi und auf die Ski dann wieder bringe, dann definitiv ist für mich eine Top Ten-Platzierung im Gesamtweitcup auch mal das Ziel. Wäre natürlich das nächste Ziel, das ich so anpeile. Weil ja, natürlich, also in die Top Ten möchte ich angreifen. Aber dafür gehört schon ein bisschen Arbeit dazu. Ja, ich meine, du hast wahrscheinlich auch so ein paar Probleme materialbedingt beziehungsweise wegen den Verhältnissen hinten raus. Die haben dir das wahrscheinlich ein bisschen schwerer gemacht. Aber man kann sagen, du bist läuferig, zumindest nach den Zahlen, in der Form deines Lebens. Aber ich würde ja schon sagen, wenn man jetzt dieses letzte Trimester und auch die WM da vielleicht mal so ein bisschen detaillierter betrachtet mit den ganzen Verhältnissen, da kann man doch davon ausgehen, dass da eigentlich für dich sogar noch mehr drin ist läuferig, oder? Doch, natürlich. Also ja, wie ich schon gesagt habe, kann man da schon irgendwo noch ein paar Körner rausholen. Gerade auch, was vielleicht so ein paar Taktikgeschichten angeht, Renneinteilung, sich das besser vielleicht noch auf eine letzte Runde da noch ein bisschen mehr rausholen zu können. Das sind natürlich so ein bisschen die, ja, man mag nicht sagen die Schwächen, die jetzt noch vielleicht da gewesen sind, aber nur Baustellen, an denen es so Arbeiten gibt, gilt und da noch definitiv was zum Rausholen ist. Also ich glaube auch, wenn du noch ein paar Wochen Östersund hast hinten raus, wo es dann mega kalt ist oder so, ich glaube, dann sieht es auch noch ein bisschen besser aus. Aber lass uns mal über die deutschen Meisterschaften reden. Jetzt in Altenberg 2024, wie gesagt, fünf, sechs Tage ist es her. Letzten Sommer hat sie noch einen Mittelfußbruch und Benders hast trotzdem da alles abgeräumt. Wie blickst du jetzt dieses Jahr auf die deutschen Meisterschaften? Ja, ich denke, es war ja natürlich jetzt erst meine Standortbestimmung insgesamt und daher habe ich jetzt natürlich schon wieder eine andere Vorbereitung gefahren, wie jetzt da im vergangenen Jahr. Ich denke, dass ich letztes Jahr ein bisschen frischer vielleicht auch zu einer deutschen Meisterschaft hinkommen bin. Ja. Dann war das natürlich auch auf Strecken, die tagtäglich ablaufen und da in Ruppolding weiß und ein bisschen mehr vielleicht meinem Charakter, meinem Laufcharakter dann auch liegen. Gerade dieses wechselhafte On-Off-Laufen quasi, das mir dann schon ganz gut taugt. Jetzt in Altenberg war es einfach wieder eine andere Strecke von der Charakteristik über einen sehr langen Berg, den man quasi da immer wieder hochstiefelt. Also es ist nicht so dein Ding. Vielleicht war das nicht ganz so, wobei ich jetzt sagen muss, Läuferisch bin ich jetzt, wenn ich richtig liege in der Liste, auch aus dem gesamten Bereich da oder aus den gesamten drei Rennen auf Platz zwei hinterm Philipp, glaube ich, gelegen. Und daher denke ich, dass es physisch jetzt bei mir alles passt und das trotzdem eine gute Vorbereitung war. Genau von dem her bin ich jetzt da schon so, dass ich sage, hey, läuft schon gut vom Training auch und das geht alles in die richtige Richtung. Klar, im Skistand haben wir da jetzt leider ein bisschen schwerer getan. Gerade liegend hat es oft da einfach nicht so hinkaut. Woran es jetzt genau lag, ich weiß, dass ich im Sommer oft ein bisschen liegend meine Probleme habe. Gerade den starken Puls, der sich auf die Waffe überträgt, mit weniger Kleidung auch, ist für mich immer ein Thema, das einfach ein bisschen eine größere Herausforderung ist. Aber ja, ich denke trotzdem, dass es nur so in einem Rahmen war, wo ich sage, ich bin dabei. Wie gesagt, physisch vor allem auch gute Leistungen zeigt. Und daher baue ich da drauf auf und nehme das auf jeden Fall mit. Ja, ich habe gesehen, du hattest aber auch letzten Winter so ein bisschen Liegenprobleme. Also im Vergleich zu sonst, warst du da ein bisschen schwächer als sonst? Ja, waren immer mal Rennen dabei, wo ich mir ein bisschen schwerer getan habe. Ich habe dann auch ein bisschen im Rhythmus ein bisschen wieder was geändert hinten raus. Da ging es dann wieder besser. Ja, es sind dann vielleicht auch ein paar Sachen, vielleicht kleine Änderungen vorgenommen, die man sich dann einfach wieder einbläuen muss und das ein bisschen wieder Zeit braucht. Aber auch in der Herangehensweise, wie richtet man sich ein, ist es natürlich auch ein Thema, dass es immer gleich ist. Und den Schwerpunkt, denke ich, schon auch die nächsten Monate oder die letzte Vorbereitungsphase auch nochmal darauf legen kann. Dafür hast du ja stehend mehr getroffen. Also vielleicht ist das dann auch gar nicht so verkehrt. Eric Perrault hat es als Money Time letztes Mal hier beschrieben im Podcast. Also da geht es ja dann eben um alles. Aber Philipp, was nimmst du jetzt vor für den nächsten Winter? Du hast ja letztes Jahr, für den nächsten Winter, du hast ja letztes Jahr jetzt relativ tief gestapelt. Weltcup-Team hast du gesagt und dann eine gute Form zeigen im Weltcup. Das waren ja keine richtigen Ziele. Also das waren vielleicht so Etappenziele. Aber was nimmst du jetzt für dieses Jahr vor oder die nächste Saison? Ja, also insgesamt haben wir ja gesagt, die Top Ten im Gesamtweltcup mal anzupacken, wäre schon mal das Ding. Unter der Voraussetzung, klar, man bleibt gesund, es passt alles und bleibt auch insgesamt auf einem guten Level durchgängig. Und ja, wir sind das erste Trimester, wenn ich mir wieder in diesem Gesamtbereich so eine Platzierung erarbeiten kann, wäre das natürlich schon mal richtig cool im Top Ten-Bereich. Aber man weiß natürlich diese Punkteverteilung auch, wie gut eben diese besten Plätze belohnt werden. Und daher ist es absolut der Anspruch, da irgendwo solche Ergebnisse zu erreichen und auch das Punktekonto bestmöglichst davon auch wieder zu befüllen. Aber ich denke auch, Lenzer Heide, da wirst du schon ein Auge drauf werfen. Ja, definitiv. Also da steht natürlich voll der Fokus drauf, zum Höhepunkt da eine gute Form zu haben und ja, einfach in ähnlicher Manier, sage ich mal, wie die letzten Jahre, die ich dort dabei war. Idealerweise kann es eine Podestplatzierung werden, wenn ich es genauso wieder hinbringe und das einfach so aufbaue und dann das Herruf, was ich kann. Jetzt geht es ordentlich und dann schauen wir, was rauskommt. Bin ich auch mal gespannt. Bei der EM bist du ja damals richtig geflogen über die Strecke da. Also im letzten Jahr war es ja auch nicht schlecht mit dem Podestplatz. Aber Philipp, mir ist letztens mal so was eingefallen. Du bist ja jetzt auch mittlerweile schon 31 Jahre alt, wirst im Februar ja auch schon 32 und nach Olympia wärst du dementsprechend 33. Gibt es denn bei dir noch Ziele über 2026 hinaus? Ist gerade nicht ganz so klar. Also 26 ist absolutes Ziel schlechthin, würde ich sagen, mit Olympia. Da möchte man das natürlich als Höhepunkt vollnehmen. Und darüber hinaus, ich sehe jetzt im Moment nicht, dass meine Leistung großartig abflacht oder irgendwo quasi zurückgeht. Ganz im Gegenteil, ne? Ja, eben. Von daher hier, klar, jetzt so medienmäßig sagt man gerne, hey, ich schaue von Jahr zu Jahr, wie es läuft und gehe so von Jahr zu Jahr weiter. Aber jetzt, klar, wenn ich jetzt so diese Verfassung sehe, wie es eigentlich, wie immer wieder arbeiten kann und das auch schafft, denke ich schon, dass es auch über Olympia 26 hinausgehen kann. Ja, Franzi Preuß sagte mal sinngemäß hier im Podcast, sie ist ja jetzt schon relativ lange dabei und auch ewig Teil des Weltcup-Teams und glaubt, dass ihr Ende deshalb vom Alter her betrachtet etwas früher kommt als bei anderen, die vielleicht erst mit Ende 20 oder Anfang 30 so in den Weltcup gekommen sind, weil sie dann, ich sage mal, früher gesättigt ist und die anderen noch nicht. Also wie sieht das so bei dir aus? Bist du noch hungrig nach mehr? Weil du bist ja einer, der relativ spät jetzt verhältnismäßig in den Weltcup gekommen ist. Genau, richtig. Also ich denke, vor den Weltcup-Jahren bin ich deutlich hinter der Franzi. Jetzt insgesamt, was die Rennen angeht, vielleicht gar nicht mal so weit hinter ihr. Aber ich denke, manchmal schaut man ein bisschen, wie viele Weltcup-Rennen haben so XY insgesamt. Die Moneda musst du dir angucken. Ja, genau so. Okay, der wäre jetzt natürlich das extremste Beispiel, ja, tatsächlich. Aber ich denke, da ist schon noch ein bisschen was, ja, mit dem Tank, wo wir schon noch ein bisschen was machen können. Ja, ich bin gespannt. Also ich sage mal, wenn ich so auf 2026 blicke und dann mal das Alter so im DSV-Team hier angucke bei einigen, dann nicht, dass wir da so eine kleine Welle erleben, aber mal gucken. Ich meine, so lange ist es ja jetzt auch nicht mehr, Philipp, bis zum Weltcup-Start. Nächste Woche steht City-Biathlon an. Wie sieht so die restliche Vorbereitung bei dir noch aus? Ja, genau. Also jetzt haben wir eben eine locker reduzierte Woche. Dann werden wir uns wieder in der ersten Trainingswoche so wieder aktivieren, denke ich. Auch in Richtung des Dresden-Event vielleicht ein kurzes Training dafür auch hernehmen zum Vorbereiten, wenn überhaupt. Ich denke, dass man das sogar fast rein aus dem Training macht, so insgesamt. Genau, dann geht es weiter zum Frankreich-Lehrgang, gleich einen Tag später schon sogar. Es ist gerade noch logistisch eine kleine Herausforderung, wie wir es genau lösen. Warum? Ja, weil es natürlich eine extrem lange Wegstrecke dann ist von Dresden Richtung Frankreich dann darunter. Ja, verstehe. Aber zeitlich haben wir das natürlich alles so geplant, dass es passt. Ja, nach Frankreich, denke ich, dann ist es ein ordentlicher Höhenblock, den wir da einfach jetzt so nutzen wollen. Und nochmal schauen, ja, was tut sich vielleicht. Vielleicht, wir machen ja eben diese Hämoglobin-Massebestimmungen als Begleitung dazu, dass wir ein bisschen für uns selber auch die Daten ein bisschen analysieren können und reproduzieren. Und dann, wie gesagt, nach dem Lehrgang werden wir einfach nochmal wieder ein bisschen Luft hinlassen, ein bisschen reduziert das trainieren. Und dann, ja, geht es dann relativ schnell tatsächlich auf den ersten Weltcup dann schon hin. Denkt schneller, als man schon wieder denkt. Ja, das stimmt. Wie bist du bisher durchgekommen? Jetzt im Sommer aktuell super. Also alles wunderbar vom Training her genauso umsetzen können. Ich habe schon gut trainiert, auf jeden Fall. Alles so, denke ich, umsetzen können, wie wir es plant hätten. Hast du denn noch irgendwelche Schwerpunkte gelegt jetzt, worauf du dich fokussieren willst oder vielleicht auch irgendwas verändert? Tatsächlich ja, wie wir gesagt haben, der liegende Anschlag ist schon noch ein Thema. Natürlich wird es interessanter unter einer intensiven Belastung, das wieder einzumschleifen und da wieder dran zu arbeiten. Und ansonsten, ja, gibt es immer die üblichen Sachen, an denen man natürlich permanent arbeitet. Okay, also Waffe ist dieselbe auch geblieben? Ja, ist dieselbe. Fußball hast du sein lassen, diese Vorbereitung? Ja, größtenteils. Ja, ein Fußballtraining haben wir mal gemacht. Okay, war es im Tor? Nee, keine Ahnung. Nee, okay. Was sagst du denn zum Blinken? Du warst ja das erste Mal dabei, beziehungsweise nicht das erste Mal dabei, aber du hast jetzt zum ersten Mal die Biathlon-Rennen mitmachen können, weil letztes Jahr hast du ja noch nur diesen Doppelstockschub gemacht, den Berg hoch beim Wiese-Botten. Jetzt konntest du die Biathlon-Rennen mitlaufen. Was sagst du rückblickend? War das ein Erfolg für dich? Hat das was gebracht? Also es ist natürlich schon ein anderes Format. Es ist einfach dieses schnelle Biathlon, sage ich mal, das einfach schon auch Spaß macht, wenn es funktioniert. Die Schießzeiten werden dann noch kürzer. Also es ist schon eine hohe Anspannung, die man da am Skistand trainieren kann, auf jeden Fall. Und was ein schönes Erlebnis war, dass sie in diesem Massenstart Johannes Böe auf der Zielgeraden abfangen konnte mit viel Investment. Aber ja, ich denke, dafür war es vielleicht schon ganz gut, dort bist du zu sein. Aber ich glaube, wie er selber sagt, hat er nicht so viel trainiert bis dahin. Also von daher würde ich das jetzt nicht mit dem Winter unbedingt gleichsetzen, aber natürlich, da würde ich auch das feiern erstmal. Aber du kannst ja auch wieder ziemlich beruhigt in die Weltcup-Saison starten, da du ja jetzt schon gesetzt bist. Allerdings habe ich ja jetzt mal gesehen, Philipp, es geht ja los mit dem verkürzten Einzel, dann Sprint und dann schon Massenstart bei der ersten Station. Also Massenstart so früh in der Saison, das gab es bisher noch nie. Wie ist deine Meinung dazu? Ich denke, dadurch, dass wir jetzt schon viel auf diese Massenstart-Rennen im Endeffekt den ganzen Sommer irgendwo schon hatten. Also jetzt mal abgesehen von der deutschen Meisterschaft, aber sonst läuft schon viel im Massenstart-Modus ab. Auch im Training generell ist das was, wo man eigentlich schon immer alles was hernimmt, das eigentlich auch eher so mehr Belohnung dann mal wieder reinbringt. Man kann nicht nur Massenstartstornieren, aber es macht einfach irgendwie ein bisschen mehr Spaß, Mann gegen Mann da zum Sehen, okay, gut geschossen, ja, Strafrunde links liegen lassen, passt. Dann geht es halt oft auch bis zum vierten Schießen so, wo einfach dieser besondere Nervenkitzel dann auch wieder ein bisschen trainiert wird. Und ich finde es schon ganz cool, dass man es auch mal früher jetzt mit einbaut und da mal ein bisschen auch einen Wechsel reinbringt. Ich meine, das Ding ist ja auch eher dabei, dass man die Quali schaffen muss. Also du hast nur zwei Rennen und musst dann in den Top 30 sein, beziehungsweise Top 25 oder ja, in dem Fall noch Top 30, weil es ist ja die erste Station. Also da muss man schon zünden am Anfang. Ja klar, das bringt es natürlich mit sich. Das ist natürlich klar, dass man da von Anfang an schon dabei sein sollte. Aber wie gesagt, ich denke von der physischen Verfassung jetzt bei mir persönlich, bin ich mir relativ sicher, dass ich jetzt auf einem guten Weg bin. Dass wenn jetzt nichts Großes davon ist, natürlich kann so eine Krankheit oder irgendwas natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Aber dennoch hoffe ich, dass das alles gut laufen wird. Also ich meine, am besten hätte es jetzt auch gesagt, wenn ich dann letztes Jahr denke, dann mache ich mir da keine Sorgen. Ja genau, sozusagen. Erster war es nach den ersten beiden Rennen. Aber ja Philipp, damit sind wir auch durch. Vielen Dank für deine Zeit, hat viel Spaß gemacht. Sag doch den Zuhörenden noch, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden, wenn sie mehr über dich erfahren wollen. Ja, ihr könnt mir folgen auf Instagram, bin ich aktiv und ist denk so der Kanal, wo ich am meisten präsent bin. Dann noch eine Internetseite, meine Homepage quasi. Facebook läuft quasi auch so parallel zu Instagram, natürlich auch präsent. Website müsste dein Name sein, ne? Philipp Navrat.de? Genau, philipp-navrat.de. Richtig. Alles klar. Okay, dann abchecken. Ja Philipp, vielen Dank und viel Erfolg natürlich für den Saisonstart dann, damit du auch am Massenstart dabei bist. Aber ich glaube, ich mache dir auch nicht so Sorgen bei dir. Ja, bis dahin, mach's gut. Jo, vielen Dank. Was mir noch aufgefallen ist, Leute, ich höre natürlich immer vor diesen Podcast-Interviews, die ich jetzt hier führe, nochmal die alten Folgen, wenn die Gäste schon mal hier in der Extra-Runde zu Gast waren. Und das war Philipp ja schon zweimal. Und da ist mir mal aufgefallen, bei der letzten Folge habe ich noch gesagt, dass ich sicher bin, dass Philipp in diesem Winter mal das erste Podest holt. Denn es war ja einfach nur eine Frage der Zeit mit seinem Vermögen, seinem Potenzial, gerade läuferig. War es einfach eine Frage der Zeit, bis er mal durchkommt. Ja, und das hat er ja richtig früh schon geschafft, letzten Winter. Und er hat mich damit auch echt sehr gefreut, dass er sich eingetroffen ist. Aber ja, nach wie vor bin ich gespannt, wie es auch nach 2026 weitergehen wird im deutschen Team. Denn lass mich mal gucken, Johannes Kühn ist jetzt schon 32 Jahre alt. Justus Strelow 27, gut, der wird vielleicht noch weitermachen oder ziemlich sicher. Philipp Navrat ist auch schon 31. Roman Rees ist auch schon 31. Philipp Horn ist 29, der wird vielleicht auch noch weitermachen. Aber ja, man kann ja schon fast davon ausgehen, dass eine ganze Reihe danach aufhören könnten. Und wenn nicht nach 26, dann vielleicht zwei Jahre später oder so. Muss nicht sein, aber es ist schon erschreckend, wie alt dann doch die Männer im deutschen Team sind. Müssen wir mal so eine Statistik machen, wie der Altersschnitt ist in den Top 6 der Weltcup-Athleten. Ja, vielleicht gibt es ja irgendeine Instagram-Seite, die das mal irgendwann macht. Mal sehen. Aber ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne noch 5 Sterne da. Teilt es mit all euren Freunden. Klickt da auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Schreibt mir auch gerne Feedback, Wünsche, whatever, per Instagram oder guckt in die Shownotes, wo ihr mich erreicht. Ja, und dann, Leute, ihr kennt es, nächste Woche bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge, mit einem neuen Gast. Und lasst euch überraschen, wer es ist. Bis dahin, macht's gut. Genießt den City-Biathlon in Dresden. Ob ich diesmal wieder vor Ort bin? Ah, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen. Also, da bin ich ehrlich, Wiesbaden lag da schon ein bisschen besser, ne? Mit zwei Stunden Autofahrt vorher. Jetzt sind's, ich weiß gar nicht, was sind denn da in den Osten? Neun Stunden? Acht Stunden? Wow. Ja, ihr werdet es sehen, wenn's so ist. Und wenn nicht, dann nicht. Also, macht's gut. Ciao. Das war die Extrarunde für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt, 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 wo es Podcasts gibt,